So, wir suchen immer das Holz, das Uganda-Holz oder was, wie es heißt. Das ist eine gute Idee, aber hier hat kein Rohstoff dabei, ich reiß mal kurz hoch. Da wird's acht Stück. Okay. Du kannst zwei Plattformen bauen. Okay. Wir sind nur diese Dings, weil, diese Pilze. Die Pilze kannst du auch schlagen. Dann sind die Giftpilze. Ach so, die kannst du auch schlagen. Die können dort auch droppen. Man kriege hier aber Dings. Vergiftung, ich kenne mich. In die Finsternis. Da, Fiesodack. So nen Witz vorlesen. Junge. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, Fiesodack. Was wünschen die denn immer? Warum denn? Hast du denn gemeine Witze? Leider nix weg, du haben es. Nichts. Keine Handgranaten. Die sind sehr gut. Guck gleich. Da kennt ihr die alten Witze nicht aus der Bravo ey. Ja, die hab ich jetzt gerade leider nicht hier. Die Bravo. Bester Witz 2024. Guck mal was Google rausschmeißt. Tagesabreißkalender, bester Witz. Achso, ne. Bestellen ist ja beschwört. Hier gehts auch noch mal durch. Hier gerade aus Schwes. Witze für Kids. Ne. Boah, hier. Paradies, Dante. Meinst du mit den Spinnen? Auch ja. Aber Holz ohne Ende. Ist hier Wasser? Oh, hier ist ne Statue. Allerdings hat manchmal Ladehemmung. Keine Axt. Muss ich mal richtig reinigen. Ja, Mann. Oh, hier, da ist es. Mein Rohr ist verschmutzt. Scheiße, mein Rohr hat Ladehemmung. Das stimmt ja. Oh, 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 Fledermauts. Mein Säbel juckt. Mein Säbel juckt. 30 beste Flachwitze von Brigitte.de. Das kann nur gut sein. Für 9,99. Ja, ne, die gehen so. Hier ist noch ein Durchgang. Echt jetzt? Wo die hat, hat die Fledermaus mit ihrer Spitzer gegeben. Oh, der ist gut. Der ist gut. Warum sollte man Cola und Bier nicht gleichzeitig trinken? Weil man dann Cola wird. So, jetzt gibt's keine mehr. Wir haben alle Rezepte gelernt. Ach, ja gut. Jetzt gibt's nur noch Dings. Echt? Was war jetzt mit Cola und Bier? Äh, frag doch bitte nicht. Ach, du willst doch wissen. Ich hab's nicht gehört. Ach so. Was, ey, warum trinken wir Cola und Bier nicht zusammen? Aber dann Cola und Bier. Äh, Sven drück mal E. Ja, E. Danke Sven. Ich drück mal nicht Sven, aber ich mach's trotzdem. Bei mir muss bestimmt auch gleich einer drücken. Ja. Wieso umgefallen? Ich hab jetzt 25. Ich hab 19. Äh, 18. 2. Dann schmeißt das Dante hin, dann baut Dante die Dinger raus. Ja. So. Aber da ging's nochmal durch, gell? Hast du gesehen? Ja, ja. Aber da ist es giftig. Da müssen wir mal, äh, dann drücken oder so. Los, Kotzenbeine, tragt mich. Das sieht aus wie der Rente. Ja, du hast wenigstens keinen Rock an. Doch, hab ich. Oder hast wenigstens kein Brett aufm Rücken? Doch. Nee, hast du nicht, kannst du nicht. Oder dieses Meisterwerk hab ich abgelegt. Ich wollte, äh, die Spitze haben. Ja, brauche ich nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Außer die, außer die große Löcher macht, ist, äh... Ja, du brauchst sie nicht mehr. Wenn ich die neue kriege, wechsle ich das auch aus. Ja. Dann ist dieses Meisterwerk Schild echt gut. Aber für die ganz Tiefe brauchst du hundertprozentig diese Fackel, weißt du? Ich mein. Ja, mal schauen. Also ich fahr tatsächlich auch noch nicht unten. Ich hab zwar eine Treppe runter, also, äh, Stickleitern, aber unten war ich auch noch nicht. Boah, ganz kurz unten, da bin ich gleich wieder hochgeklettert, weil mein Leben getraubt ist. Reicht das von hier aus? Und wo hast du's gebaut in deinem Spielstand? Äh, irgendwo von hier, aber da kommst du auch scheiß so hoch. Also gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang. Los, spring! Da bist du aber gut gesprungen, Sven. Ne, ich bin nicht gesprungen, der ist gesprungen. Ich hab keine HP mehr. Deswegen springst du ins Wasser. Also bis hierher war ich in meinem Spielstand. Oh, der ist noch knapp, ne? Das war knapp, ja. So, die Axt weg, du. Ja, so sparen wir natürlich, ne? Was? Kebab? Ja, ja, hab ich auch verstanden. Kebab, zum. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, grad safe, jetzt nicht dein leichter unter Wasser. Ben, ich muss mal eh drücken, komm mal. Ne, ich lieg hier oben auf dem Ding. Hey? Ich bin wie unter Wasser. Boah, bei Sven hab ich da drüben, ne? Bei mir lieg ich auf dem Holz-Ding drauf. Das Sarieren der Entwässerungspumpe. Danke. Ja. Er ist so fett. Ah, ich hab Eisknochen. Nichts da dran, wenn ich nicht richtig springen kann. Schatz, kannst du nochmal so ein Reparatur-Ding bauen? Äh, steht auf der anderen Seite. Steht drüben noch, glaub ich. Ja. Aber, äh, ich kann nur eins bauen, ja. Ja, Punktstation. Ein Ersatzrad fehlt hier. Bring ich gerade. Da fehlt wieder. Da fehlt wieder ein Problem. Hier hab ich ein Verbinder. Dankeschön. Muss noch jemand anders reparieren? Hm. Ne, Rüstung ist ganz. Lager 7. Wird belagert. I'll destroy you first. Das ist das hier, oder? Ja, guck. Ja, das ist das hier. Perfekt. Magier dreckiger Ork. Ach, schon wieder. Okay. Zu Ende. Ja, safe. Dann bauen wir hier dein Pumpwerk zusammen. Safe. Ja, gut. Na gut. was tut denn der jetzt so fehlt noch so ein verbinder fehlt noch einmal zwei so ein habe ich von rein gesteckt man könnte jetzt überlegen ob ich gesagt habe so leisen bauen mitbringen das weh bauen oder was wir es wohl müssen wenn ihr keine sind 12 23 stück tätig einen hast schon eingesetzt oder hat einen habe ich schon eingesetzt er lag da rum vielleicht liegen noch mehr rum wenn du da rum guckst das kann sein also höchstens einer noch ich meine ich muss zwei einbauen hast du eine eisenbahn mit zwenny ja wenn ich komme auch kurz hochreisen und es da bauen ja dann baut da super idee du musst rumschleppen kannst du die das stecken wo baust du die hier schmiede meine ich ich würde sagen ich bin ich aber ich sehe doch ich sehe gleich eine mutige um die über die da einsetzen zu will ich ist nicht ich bin ich kurz fünf eisenbahn spezial sind die hinten drinne ersatz 2 wie brauchst du? äh vier, drei stück also mal ich kann nur drei bauen ich hab nur 15 mits gehabt ok kann jemand so einen stein setzen so will ich ich glaube dann der hat eins gebaut oh oh you're okay on your feet you're okay die ist aber auf die ist aber auf die ist nein wie denn? das ersatzrohr ja mhm ja Dave dann mach die nützlich na klar ich reiß schnell hoch jetzt eins eins ist drin wie viel konntest du jetzt bauen, Sven? zwei mhm ok fünf war immer, gell, kosten die fünf mhm mhm das ist voll ein eisenbild das sieht aus ne, wo waren das hier gell? ne, die andere Seite muss raus also ach der ja und da hinten um die Ecke hab ich noch eins gesehen, gell? echt, bist du dick um da hoch zu klettern? ja schaffst du jetzt? ey da ist nicht der, der hat noch schwere Knochen Moment das ist nicht dein Ernst? ja doch ja geh mal weg da ja jetzt, wer ist aber nicht wer ja super betrauen ey du brauchst ja irgendwelche Ankerpunkte wo die sitzen, die ganze scheiß Digga da hinten um die Ecke ist das ja das wüsig das kannst du auch hinschmeißen, gell? ja aber du musst halt auch dran kommen dann zum einsetzen mhm aber letztes kann Dave dann machen, wenn der da irgendwann mal fertig wird ja ich muss noch schnell noch einen Braten reinkloppen Alter Arbeiten kann sein, Essen muss sein Alter, das ist chinesische Bauernweisheit ey Sven ich muss ja jetzt wieder abtrainieren, oder? ja, na klar lauf, Baby, lauf ist ja nicht so gemein setzt es wieder hin nö kann man auch hier lang glauben? so man kann auch hier lang glauben oder? hast du weg genommen den Stein, oder was, Dante? nö nö, der steht ok, welche Nummer ist das? äh, keine Ahnung nö die wahrscheinlich die höchste? ja ok guck Sven, Mutti gib Pilze wo gibt's Pilze? wo gibt's Pilze? hier am Esstisch es gibt Pilze, Schatz da bin ich dabei beweg dich, kleiner Zwerg da ist er dabei Hat's Dave schon gebaut? Jaja Er rennt hier irgendwo im Kreis, keine Ahnung Gucken wo das letzte ist, ja Hier hinten, da wo es blau ist Ja genau und jetzt wirf's einfach hier runter Guck, ich steh hier Das läuft hier einfach nicht in roten Hebel Ja ich renn einfach durch Ja dann krepiert er da mittendrin und irgendwie anders muss es rausholen Juhu Das stimmt Klick Geh da durch, digger Zwerg Muss ich nicht runter Er ist nicht hoch die Ich bin mal ganz laut AFK Ja ich muss revt auf der Toilette Mach euch den AFK-Spring rein anga- Ja stverk town- da gen- da je Das war's für heute. 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 Alter, hab ich mich gerade fast nass gemacht. Lad grad die Demo runter, denk mir, scheiße, 931 Gigabyte? Das war's für heute. 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 Heikere Wurst. Da ist nit. Oder Der Cide so geil hat der Weg nach sich hinter den Schmiede weiter geht. Also, bei mir war's nicht so. Ne, bei mir war's aber davor. Tja, das war's so beim Raum, wo wir gebaut haben. Mmh. Kommen, sie stüm wieder an die Wähler. Jetzt hab das Rad. da ist guter rad teuer ali fahrradverkäufer das kommt da oben hin warum rennst du jetzt weg du musst in die andere richtung ich hab's hochgeschmissen kommt dann bestimmt wieder eine welle wie bei dem anderen nicht die maus schmeißen ja klar hat's doch so ich mach ja hm was mit euch zwerge von eremore und die große schmiede angeheizt da kann man bestimmt ja diesen was ich diese ausrüstung kraft nehmen oder gefunden haben wollen jetzt kommt eine welle das schafft er oder die ist abgehauen mutti echt ich muss so früh aufstehen ich muss ausloggen tschüss ja muss ich auch hey halb sechs klingeln bei wecker ja die eine wäre jetzt noch mitmachen können ich schaff das schon ja ja was bis 23 uhr haben wir gesagt aber nicht das stimmt das stimmt ja bis morgen morgen ist das skyrim aber ihr findet bestimmt irgendwas mit der redspiel oder so oder so da stimmt ja irgendwie tot aber ja was ich vergesse es auch immer wieder mhm jetzt die frage ist halt wofür dave überhaupt mit der chill mit schlipp wenn ihr die anzeiten zwei händer benutzt ja den habe ich nur bei so was gibt es denn hier noch außerordentlich raten mhm 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 es los mit erfolg und mhm w genau ob sie ins bett wollte ein zwerger aus moria ja das war alles das gespräch wiederholen noch was anderes ist der sinnvoll wiederholen das knapp aber hat geklappt glaube ich bleibe bei 200 200 einfach mein ding so ist es einfach nur brachial jaja na klar dann musst du halt anders spielen ich weiß nicht aber so komme ich besser zurecht so wenig wie möglich sachen hier ist eine helle bade nette rüstung geht diese geht die schon ja dann brauchen wir auch diese schlanzium bahn hier aber da gibt es irgendwo noch abwege hier dann kommst du auch an so ein lager wie bei dem großen mit dem balken da bei dem org wo er in dem lager war wo der den riesen lebensbalken hatte ja da gibt es hier unten auch noch so ein lager der droppt die die rüstung oder was nee diese bahn die bahn ne schlanzium bahn schlanzium bahn schlanzium bahn schlanzium bahn nennen wir es schlanzium nennen wir es schlanzium nennen wir es schlanzium geh doch einfach mal in die schmelze was was ah hier ja ist das ne legierung scheinbar ah das ist ne kupfer zinn ah das ist ne regierung gut das wird natürlich alles oben jetzt ne aber ich glaube jetzt haben wir das auch oben verfügbar in der großen schmelze nö ne das kannst du nur hier bahn ach so das war ja eine große schmelze na das kann natürlich sein wir müssen uns mal gucken da können wir nämlich theoretisch warte wir müssen jedes mal in den graum rumschleppen ich glaube ich das ist so gedacht ich baute es elbenviertel ok ich glaube wahrscheinlich wenn du da bist ich guck mal ich komme auch mit lb in viertel machen wir auch noch ne rüstung für alle ja dann müssen wir noch ne rüstung machen jetzt mal so nen setz ein ja die rüstung kannst du da nicht machen glaube also die rüstung kannst du definitiv nicht machen oder die waffen du kannst da nur die barren machen hm das stimmt wir haben dort zu äußern doch nen bautstein hingestellt ja das ist easy deswegen hab ich den ja da hingestellt das stimmt das stimmt ich habe doch ich ich die Untertitelung des ZDF, 2020